Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass Sie alle da sind. Gerade aus dem Silicon Valley zurück und das passt ja sehr gut. Das ist Tech Fast 50, dieses Think Big, Act Fast. Da können wir viel von lernen. Unser Preisträger hat in allen Kategorien hervorragend abgeschnitten. Also freue ich mich jetzt auf die Bühne zu holen von der Firma E2Gas, dem kaufmännischen Leiter Gregor Hemm. Es handelt sich um einen Anbieter von Musiksoftware. Es ist die Appleton AG, Christian Sturm. Kommt bitte nach vorn. Platz 1 erreicht Runnershop GmbH mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 70.370% Glückwunsch an Runnershop Gründer Friedrich Neumann. Herzlichen Glückwunsch zum Platz 1 an die Good Game Studios hier aus Hamburg. Die Lloyd Fast 50 Award zeichnet aus, dass er sich an die schnellst wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland richtet. Innovation, dass man Dinge tut, die bisher noch keiner getan hat. Oder ganz einfach, Innovation ist wieder Marc Jubit. An die Idee zu glauben und dann Vollgas zu geben und nicht demotivieren zu lassen durch Rückschläge. Ganz wichtig, Fehler zu machen gehört dazu. Wenn nichts macht, man hat auch keine Fehler. Wenn ich Gründer bin, dann bin ich Macher, dann muss ich machen. Wir versuchen die spannendsten Unternehmens Deutschlands zu finden und dort unser Kapital unterzubringen und hoffentlich zu mehren. In diesem Sinne, haben Sie noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Applaus